So, da bin ich auch schon wieder und ich würde sagen, wir machen einen kurzen Endkampf. So, jetzt kriege ich dich, du kleiner Spago. Ich bin hier auch, ey. Aber kreuzweise. Oh nein. Oh nein. Ach komm, der ist ein bisschen da. Das kam mir immer schwerer vor. Upsala. Na los, uh. Hallo. Ich bin so gleich mal näher. Junge. Oh wow. Du kannst mich nicht besiegen, Junge. Gib's einfach auf. Tja, scheiße, ne? Erwischt. Okay, das ist es. Hast du gesehen, wo es fähig ist? Ja, das habe ich, Alistair. Ah, mich blüht da. Das war's, Nishimura's Helikopter auf dich. Hervorragend. Richte ihm aus, dass er der größte ist. Danke, Nishimura-San. Ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Was, was ist mit Takamoto? Wo ist er? Kommt ganz darauf an, wo er brav gewesen ist. Ich habe übrigens CS-Ratent aufgeschwirt. Mit Sagan? Ja, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente. Aha, ihr habt schon gehört, es geht ab nach Afrika. Glückwunsch, Sie haben einige Objekte, geheime Objekte freigeschaltet. Ja, okay. Schauen wir, was uns da machen. Hm, gehen wir mal auf leicht. Okay, Afrika. So was soll's geben. Was für ein geiles Level. Wah. Schaut euch doch mal die Grafik an. Alter, ich finde die gerade so Hammer. Das ist ja wie in Underworld. Wer sich noch dran erinnert. Wenn alle Stricke reißen, steige ich ins Postkartengeschäft ein. Ach, diese kleinen Termiten stellen alles auf den Kopf. Aber das reicht nicht. Sie sind nicht von dieser Seite reingekommen. Und welche Ideen? Mal sehen. Ich kann am besten denken, wenn ich klettere. Ah. Aber wir werden nicht klettern, wir werden springen, Lara. Ui. Klatsch. Das sind wir auch schon. Wasser ist einfach mein Element. Ja, genau. Aber. Ich habe gerne vermisst. Bitte nicht so oft. Da oben sind wir hergekommen und. Oh, ganz nass. Ah, wie ging das nochmal? Ah. Wie ging das nochmal gleich? Ah, Mist. Hier irgendwo war doch was zum Hochklettern oder so. Ah, ja, genau. Ich habe da immer ewig rumgerätselt, bis ich da mal gefunden habe, dass man auch hier hoch kann. glaube ich zumindest, dass es hier ist, wo man hoch muss. Nein, es war es nicht. Aber was war das dann? Entweder kann man unter dem Wasserfall durch oder sonst irgendwas. Nein, kann man auch nicht. Da müsste ich jetzt erstmal überlegen. Weil so genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr, wie es hier war. Kontrollpunkt, ja, super. Was müsste man hier nochmal machen? Hm. Mir schwebt gerade ein riesiges Fragezeichen über dem Kopf. Denn ich habe wirklich null Ahnung, was wir jetzt nochmal machen müssen. Aber das war offensichtlich, ich gehe erstmal hier hoch. Äh. Ah, das löst die... Los, los, los. Ah, das hat jetzt die Sicherungspolzen gelöst. Ist ja interessant. Ach, du Schande. Oh, da ist ja unser Tempel. Große Eingänge sind einfach unpraktisch. Das war schon immer so. Das ist doch mal geil gemacht. Sie kommen ganz schön rum, was? Ah, sieh an. Da ist Grotland. Wie wär's, plaudern wir ein bisschen? Nur wenn Sie so weit schießen können. Sie wissen sicher, dass Fernbeziehungen keine Zukunft haben. Ich würde Ihnen ja viel Glück wünschen, aber... Naja. Das müsste alles da jetzt sehen. Er versucht noch rauszuf... Raus zu. Finden, woher diese Schwertstücke stammen. Wir sind vorerst allein. Ah, ich bin mit Zip allein. Ah, ja, 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 ja. Ah, was das denn? Was das denn hier? Alles treibt mich immer wieder zurück, oder was? Ja, Laura. Genau. Mach die erst mal schick. So sieht's aus. Lass mal das Boot hier herziehen. Was für ein altes Artefakt haben wir denn hier? Ein ziemlich modernes. Rutlins Männer müssen es benutzt haben. Na komm. Ja, funktionieren. Den hab ich schon mal gesehen. Im Notizbuch meines Vaters. Er ist hier gewesen. Ach so. So, die haben wir auch. Er ist hier immer noch irgendwo. Jetzt nicht mehr. Nicht... Oh, oh. Oh, oh. Noch haben sie mich nicht gesehen. Da drüben ist sie! Ach, du... Oh. Na los! Na los, 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 los. Oh. Sorry, Junge. Ups. Oh, ich müsste mir einen Cut machen, verdammt. Was geht's auch gleich machen? Werde. Und tschüss. So. Ah, ich hab noch zwei. Hoffentlich schaff ich das noch. Und noch du. Du kommst auch noch dran. So. Kontrollpunkt. Und ich würd sagen, ich speicher und bis gleich.